Bevor sie ihre Aussage im Prozess gegen Mark Hardenberg machte, hatte sich Zoe verkniffen, mit John über ihre Tochter Ella zu sprechen, obwohl sie ganz kurz davor war. Allerdings merkte Zoe, wie feindselig John ihr immer noch gegenübersteht. Also verzichtete sie darauf, ihn mit einer möglichen Vaterschaft zu konfrontieren und verließ Gerners Townhouse. Nach dem Termin bei Gericht brach sie mit ihrem Baby in eine neue Zukunft. Denn Zoe, das betonte sie während der Gefangenschaft, mit John und Yvonne immer wieder, will ihr Leben komplett ändern. In der Serie konnten wir bereits sehen, dass Gerner das nicht glaubt. Um herauszufinden, ob Zoe etwas plant, setzt er einen Privatdetektiv an, der nicht nur die Adresse der kleinen Familie herausfindet. Als Gerner auf diesem Weg erfährt, dass Zoe ein drei Monate altes Baby hat, wird ihm schnell klar, wer als Vater des Kindes in Frage kommt. John Gerner fragt sich, wie er mit diesem brisanten Wissen umgehen soll. Schließlich entscheidet er sich dazu, sein Wissen mit seinem Schwieger. Ich habe keine Ahnung, was die Frau gemacht hat, und vor allem mit wem. Und ich bin garantiert nicht der Vater von irgendeinem Kind, antwortet John Gerner schockiert, wobei er zugeben muss, ich habe es durchgerechnet. Vom Zeitpunkt John versucht, den Gedanken, dass Zoe möglicherweise ein Kind von ihm haben könnte, zu verdrängen. Doch es gelingt ihm, als er Zoe aufsucht, um Gewissheit zu erlangen, schaut er plötzlich in die Augen des Babys. Weil er Gewissheit haben möchte, ob er Claras Vater ist, zwingt er Zoe, einem Vaterschaftstest zuzustimmen, den Philipp, Jörn Schlöhnfugt, durchführt. Wie John seinem Bruder berichtet, könne er mit dem Kind leben, nicht aber damit, dass Zoe damit Teil seines und Lauras leben wird. Als John Zoe zum Vaterschaftstest zwingt, kontert sie hart. Patchwork-Familie mit Laura. Das wäre also vorstellbar, auch wenn das Ergebnis noch auf sich warten lassen wird, ist John berührt, als er Baby Ella zum Erdbeeren. John setzt die Ungewissheit zu. Doch er wird sich noch ein paar Tage gedulden müssen, bis das Ergebnis des Tests vorliegt. Als er mitbekommt, dass es Zoe gesundheitlich nicht gut geht, will er Clara zu sich holen. John gesteht Yvonne später, dass die Kleine eventuell von ihm ist. Yvonne reagiert betroffen. Sie weiß, was das für seine Beziehung mit Laura bedeuten könnte. Ich glaube nicht, dass sie ein Kind von Zoe akzeptieren kann. Ich habe keine Ahnung, wie die beiden mit dieser Situation klarkommen sollen. Gibt sie gegen... Wie wir bereits sehen konnten, gibt Zoe ihr Baby zur Adoption frei. Du hast was Besseres verdient, sagt sie, während sie den Antrag unterzeichnet. Dieser fällt John wenig später in die Hände. Er ist schockiert darüber, was...